So mein Junge, wir machen heute einen Mann aus dir. Was, wieso? Du wirst deine erste Kippe rauchen. Aber Papa, ich bin erst 14. Ach komm, als ich meine erste Lunde hatte, da war ich 8. Was? Oder war es 7. Naja, hier. Und jetzt? Na, zieh an der Fluppe. Hello, Loser. Was ist denn hier los? Ja, das frage ich mich auch. Sie wissen, dass der nicht rauchen darf? Ob mein Bengel ein Lungenbrötchen raucht, entscheide ja wohl immer noch ich. Falsch, denn in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Jugendliche weder abgegeben, noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. Dann raucht er eben bei mir zu Hause. Aber Papa, Mama hat doch das Sorgerecht bekommen. Ach ja, du wohnst ja gar nicht mehr bei mir. Ja, und das ist vielleicht auch ganz gut so.